Kommen wir zu einem nicht so neißen Video von nicht so neißen Typen. Papa Platte, meine Gedanken direkt nach Seven vs. White. Habe ich mir noch nicht reingezogen. Ist schon was älter das Video, gucken wir aber trotzdem da rein. Wir gehen rein, let's go. Allein Kevin mit Jawline zu sehen, Digga, der Typ hat 90 Kilo abgegeben. Nein, Mäuse, was geht ab? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Freunde. Seven vs. White ist vorbei. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, komplett... Digga, sieht der kaputt aus, der Typ, ne? ...plett, dann guckt er erst komplett, weil hier wird die auf jeden Fall gespoilert. Ich habe mir keinen Plan für dieses Video gemacht. Ich dachte einfach mal, ich mache einen kleinen Mini-Talk. Straight up, ohne Skript, einfach mal für euch, wie meine Gefühle sind. Und auch irgendwie für mich selber, weil ich meine, das ist halt eine Once-in-a-Lifetime-Experience, die wir da gemacht haben. Das wird so... Ist so geil, dass er einfach wieder alles zugenommen hat und ein Fettsack geworden ist. So nice. Ohne ich noch mal vorkommen, hoffe ich jedenfalls. Före mal, freut mich sehr, danke schön. Jawline going crazy, for real, Bro. Wenn der Typ ein bisschen abnehmen würde... ...das schon mal vorwegzunehmen. Ja, wir wurden, also wir haben gerade, ich glaube... Lass mich gucken. 17.32 Uhr, Freunde. Wir wurden so roundabout 11 Uhr oder sowas abgeholt, sind dann auch rumgefahren und so weiter. Ich habe gerade wirklich eigentlich nur kurz... Was heißt kurz? Ich habe eine halbe Stunde geduscht oder so. Das war das beste Gefühl überhaupt. Wir haben ja zwei Wochen... Ich habe mich ja gar nicht gewaschen, Digga. Es hat... Bro, ich weiß nicht, woher der Geruch kam, aber in unserem Basecamp hat es teilweise am Ende des Tages nach Pässe gerochen. Das war übertrieben eklig. Das ist aber auch eine andere Story. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade eine halbe Stunde geduscht. Über den Office. Sieben Minuten Zähne geputzt oder sowas. Ich werde das gleich alles nochmal wiederholen. Vorsichtshalber. Und ja, ich dachte, wir fangen vielleicht an mit einem kleinen Formcheck. Und ich zeige euch kurz, wie meine aktuelle Form ist. Ich glaube, man weiß ungefähr, wie sie vorher war. Und so sieht sie jetzt aus. Vorher ein ziemlicher Fettsack. Das hier ist die aktuelle Form. So ist es... Was hat der auf der Brust? Der ganze Nassenmückenstiche ist, das Schweiß. Das ist... Digga, er hat actually eine adäquate Form. So ist es, wenn ich locker lasse, komplett. Jetzt sind 14 Tage mit Hunkum schafft man. Und so ist, wenn ich anspanne. Da ist nicht mehr so viel zum Anspannen, aber... Ja, das ist die Form, Freunde. Bisschen weird. Ich habe hier so einen übelst kranken Ausschlag bekommen. Ich glaube, also ich hatte halt 14 Tage ein T-Shirt an. Checkt ihr. Und ich glaube, das ist dann nicht so geil. Und es liegt einfach daran. Also das wird dann einfach gewaschen und dann ist gut. Hätte er das mal beibehalten? Ja, ich habe auf jeden Fall krass abgenommen. Ich glaube, es sind 10 Kilogramm. Boah, krass. Aber das ist ja auch alles nicht so wichtig, Freunde. Wie geht's mir denn jetzt? Krass. Ja, wir sind hier rausgekommen. Ich glaube, das ist sowas... Ich glaube, jeder hat so diese Momente im Leben, wo man irgendwie so irgendwas erlebt und es fühlt sich irgendwie nicht so real an. Also ich glaube, ich check gerade noch nicht so ganz, dass es passiert ist. Und verarbeitet es gerade noch nicht so ganz. Ich glaube, das wird wahrscheinlich irgendwie morgen oder übermorgen passieren. Aber über... Also ich bin so froh, dass es endlich vorbei war. Oder es ist... Während wir da drin waren, haben wir sehr oft, vor allen Dingen Off-Cam, da haben wir nicht On-Cam so viel drüber gesprochen, glaube ich, vor allen Dingen Off-Cam darüber gesprochen, so lohnt sich das, dass wir hier sind? So ist das was, was uns irgendwie privat weiterbringt? Oder halt auch so, ne? So auf jeden Fall natürlich... Ey, safe. Ich glaube schon, so persönlichkeitsmäßig ist das crazy. Das ist auch kein Geheimnis, dass wir da auch für Content und Reach und irgendwie diese Sachen auch irgendwie drin sind. Das ist nicht das Main-Ding, aber das ist auf jeden Fall auch... Ne? Ist auch ein Ding. Und ich muss sagen, während wir da drin waren, war ich oft der Meinung, dass es hier sich so semi lohnt. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen, ohne dass es jetzt irgendwie missgünstig den anderen so gegenüber klingen soll. Aber es gab so eine Stelle, wir wurden abgeholt und dann ist... Also wir waren drei Leute in dem Boot, beziehungsweise drei Teams. Das Team Knossi und Sascha, Hanna und Affe und wir. Und wir waren halt die ganze Zeit so, ja, okay, wir holen halt noch ein Team ab und so. Wo ist halt Fritz? Wo ist ein Martin? Die haben uns halt auch so erzählt, yo, wir machen jetzt auch irgendwie Whale-Watching und so, um so uns ein bisschen hinzuhalten und so was. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, wo wir hinfahren. Und dann waren wir an einem Basecamp angekommen. Und da standen halt die anderen, Trimax. Digger. Die dachten so, ah, okay, die wurden mit einem anderen Boot abgeholt. Und dann hat Dave gesagt, alle Leute, die hier auf dem Boot sind, sind die einzigen Leute, die 14 Tage geschafft haben. Digger, krass. Krasser Moment. Das war so krass. Also ich meine, das hat sich auch schon vorher gelohnt. Und ich war vorher sehr, sehr glücklich. Aber das war so krank rewarding. Das war krass. Das war, das ist irgendwie ein heftiges Gefühl. Also wie gesagt, ohne dass es jetzt irgendwie böse gegen den anderen über irgendwie klingen soll. Das ist am Ende des Tages, muss man sagen, es ist auch einfach eine große Glückssache. Wirklich. Aber ich finde, das macht es dann in meinem Kopf nochmal irgendwie heftiger. Und es hat mich vor allen Dingen auch irgendwie gefreut. Weil ich glaube, die Serie, die Staffel ist mega geil geworden dadurch. Und da war so, oh mein Gott. Das hat sich alles gelohnt. Oder wie wehlt es? Jede Minute, die wir gesessen haben und da geguckt haben auf die Uhr. Und wir haben wirklich oft gesessen und auf die Uhr geguckt und es ist die Zeit nicht gegangen. Das ist voll krass, ne? Hat sich gelohnt. Jetzt mal No-Joke-Chat. Wer von euch hätte gedacht, dass Papa Platte das so lange durchzieht? Keiner, oder? Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin unfassbar dankbar, dass ich eingeladen wurde, dass wir eingeladen wurden. Ich bin übelst dankbar, dass ich Reetsmann als Partner hatte. Also ich wäre da mit niemandem anderen reingegangen. Wir haben uns nicht einmal abgefuckt. Also er hat mich abgefuckt mit seinem Schnarchen und ich habe ihn abgefuckt, weil ich immer so rumgezappelt habe in der Nacht. Aber so jetzt, dass wir uns wirklich so richtig abgefuckt haben, war nicht. Ich hätte nicht gedacht. Ich wusste ja schon, leider. Ich glaube, das ist jetzt nochmal. Spoilert so, aber das ist schon krass. Wirklich. Und es fühlt sich gerade so an, als könnte man einfach alles schaffen. Es ist einfach wirklich ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Und es hat sich gelohnt. Also 14 Tage haben sich dafür gelohnt, 100%ig. Das würde ich auf jeden Fall jetzt so sagen, aus vollster Überzeugung. Und ich fand es auch einfach irgendwie krass zu sehen. Ich wusste nicht so ganz. Ich kannte so ein bisschen von dem Trimax 7 Tage nicht essen streamen, dass man 7 Tage nicht essen kann. Und ich weiß auch, dass man irgendwie so zwei, drei Wochen ohne Essen schafft. Aber ich wusste nicht, wie ich es schaffe. Oder wie sehr es abfragt. Und so ist es irgendwie voll geil mal zu sehen oder zu wissen jetzt. Alter, ich kann zwei Wochen ohne Essen. No joke. Essen ging so krass fit. Ich habe auch zu allen gesagt und auch in unserem Podcast, den wir ja an Tag 7 aufgenommen haben. Mir wäre lieber gewesen, ich hätte irgendwie ein Tablet gehabt mit Netflix oder sowas. Krass. Irgend so ein Unterhaltungsmedium. Hey, no way. Das hätte ich gar nicht, Digga. YouTube oder so. Als Essen. Digga. Also die Zeit, um zu kommen, war für mich persönlich... Digga, ich hätte da die ganze Zeit irgendwas geschnitzt, Feuer gemacht, das Basecamp gebaut, so. Dafür Essen gehabt. Also ich weiß nicht. Wer dann schon geisteskrank ist, ADHS, wenn Lil Bro hier nicht mal klarkommt, ohne seine Daily Dose of Potsdam. ...habe. ...challenge, weil, keine Ahnung, seit ich klein bin, mache ich immer irgendwas, bin immer hier und da, muss immer irgendwas machen und so. Und ich finde es auch übelst geil, aber so, ja, auf einmal bist du halt in der Wildnis und... Ja, maybe gewöhnt man sich auch an, ne? Das Einzige, was ich hatte zum Spielen, waren Stöcker, Wurzeln und eine Schnur. Und ich habe dann angefangen in so eine Schnur, das habe ich auch, glaube ich, gar nicht gefilmt, ich habe in so eine Schnur, habe ich versucht, das war so eine lange Schnur, wie viele Knoten kann ich da rein machen. Und als ich dann das fertig geknotet habe, habe ich es wieder aufgeknotet und das habe ich locker fünfmal wiederholt oder sowas. Ähm, also damit ihr checkt, wie... Das ist halt das Ding, ne? Die saßen halt alle nur rum. Das finde ich halt so crazy, weil das so Zeit absitzen ist halt Seven Words of Wiles, so, ne? Das ist ein bisschen boring, oder? Schlimm, das war. Trotz mal Kalorien hier treten. Und... Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall krass. Oh ja. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist so eine Story einfach, die wird man seinen Kindern und auch seinen Enkelkindern erzählen. Ja. Und dann wird man so, dann wird man so dieser coole Opa sein, der seinen Kindern was erzählen kann und erzählen wird. Und ich glaube, das ist... Ich glaube, am Ende des Tages machen wir es dafür, wisst ihr? Eine weitere Sache, die ich gemerkt habe, während ich da drinne war, ist, dass mir halt Familie wirklich... Also ich muss mir mehr Zeit nehmen für Familie. Ich habe die letzten Jahre immer Content über alles gestellt. Ja, ja. Ich mache es technisch gesehen, gerade in diesem Moment auch. Ich habe meiner Mom und meiner Freundin und so, habe ich halt geschrieben, hey, ich melde mich gleich, wenn ich auf dem Hotel bin. Und jetzt sitze ich auf dem Hotel und drehe ein perfektes Video. Aber ich wollte das erst mal weg haben, so. Aber ich wollte... Ich will mir auf jeden Fall mehr Zeit nehmen für so Sachen. Am Ende des Tages sind es nicht die zwei Stunden mehr Streaming oder so. Und mehr... Ja, und auch mehr Zeit verbringen zum Beispiel mit meinen Geschwistern. Wichtiges, wichtiges Ding. Geil, dass er es da realisiert hat. Ist aber in Deutschland direkt wieder ein anderer Modus, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ich rede da oft nicht so drüber. Aber ich habe drei Geschwister, dreihalb Geschwister, zwei Schwestern und einen Bruder. Ich bin dumm. Schack, Monato, danke schön, Kuss, Kuss. Also, beziehungsweise mein Bruder hat halt ein Kind. Und ich sehe die halt einmal im Jahr oder so. Und, Mann, Digga, das ist meine Familie, meine Geschwister. Ich muss mir dafür mehr Zeit nehmen. Und was ich am alleralleregsten gemerkt habe, ist zwei Sachen. Einmal, ich will unbedingt auf mehr Dates gehen mit meiner Freundin. Süß, Digga. Auch nochmal mehr Zeit reinstecken. Wichtig, wichtig, wichtig. Und wo ich wirklich sagen muss, das klingt jetzt dumm, weil die anderen Sachen sind halt obviers wichtiger. Aber was ich am krassesten gemerkt habe, ich freue mich einfach darauf zu kochen. Ich freue mich so darauf, mehr zu kochen. Ich will einfach hingehen und einfach ultra viel kochen. Ich habe richtig Bock. Ich habe mir neue Utensilien bestellt. Ich will da einfach mehr machen. Da wird es auch Koch-Streams noch geben und irgendwie Koch-Content. Einfach mehr. Ist alles nicht passiert. No Joke, oder? Alles gecappt. Kochen. Das ist einfach so ein wichtiger Skill. Und ich finde es so cool, wenn Leute gut kochen können. Und ich würde gut kochen können. Würde nicht. Das Letzte, was ich sagen wollen würde. Ich hoffe, dass euch die Staffel gefallen hat. Komm, Waffeln, wenn Sie den check, check. Ich hoffe, das war einfach geiler Content. Und an alle Leute, die irgendwie neu sind und so. Ich freue mich sehr. Da kommen auf jeden Fall noch geile, geile Podcasts. Ja, ja, halt's mal.